hallo ihr fantastisch neuteiler draußen willkommen zu einer neuen folge und heute stelle ich euch mal keine homeboos vor sondern romhacks fünf stück um genau zu sagen und da wird vielleicht der ein oder andere sich jetzt fragen was zum teufel sind romhacks ganz einfach ein homebo spiel ist hier eine komplett neu entwicklung für den gameboy und ein romhack das nimmt sich ein existierendes gameboy spiel und verändert das das kann ziemlich große veränderungen sein sehr große grafische überarbeitung oder erweiterung oder es werden nur so kleine sachen irgendwie getweakt die vorher wirklich genervt haben das heißt prinzip könnt ihr euch das so ein bisschen im pc bereich mit einer mod vergleichen ja und ich stelle euch fünf stück vor die alles so ein bisschen diese ganzen gebiete abdecken die verschiedenen romhacks habe ich euch natürlich unten im beschreibungsfeld verlinkt und es ist so ein bisschen kompliziert zu installieren und zwar ladet ihr euch dann immer eine sogenannte ips datei runter und da braucht ihr noch ein patcher programm das findet ihr auch auf der seite womit ihr denn diesen romhack erstmal auf die rom datei des spieles anwenden müsst und dann könnt ihr das ganze spielen das muss immer auch eine ganz spezielle rom datei sein aber bei den ganzen romhacks und ich sage das ganze schon rom aber es gibt keinen anderen begriff entschuldigt wenn ich mich jetzt hier etwas von der tonalität wiederhole und das modifiziert hat diese rom datei und dann könnt ihr das ganze spielen wie das ganze abläuft und sowas zeige ich euch jetzt nicht im detail da gibt es genug tutorial videos zu und ich würde sagen wir fangen gleich mit dem ersten spiel an und ich fange gleich mit denen wahrscheinlich zwei bekanntesten romhacks an und zwar erstmal hier super mario land dx da werde ich euch jetzt wundern dx was soll das denn bedeuten vielleicht sagt euch ja links awakening dx auf den gameboy color etwas da hat man ja das gute alte links awakening genommen und dann halt so eine art hd remaster ist vielleicht zu viel gesagt aber so ein bisschen erweiterung gemacht es kam ein bisschen inhalt dazu die farben natürlich für den gameboy color also im prinzip so diese typische zweitverwertung was man heutzutage auch inflationär gefühlt hat und da haben sich die modder gedacht hey super mario land geiles spiel das hat nicht so eine kur irgendwie abbekommen machen wir das mal und ich würde sagen spielen wir auch mal kurz rein wie ihr seht ist das wirklich sehr liebevoll umgesetzt worden und ich blamier mich hier zu start super mario land ist ja so wirklich eines der richtig schönen titel finde ich habe das natürlich als kind gleich zum start des gameboys gehabt ich habe es damals nie durch gespielt obwohl es ja nicht wirklich schwer ist auch wenn ich gerade meine spiele performance gerade etwas anderes hat vermuten lassen und wie ihr seht haben wir das relativ dezent aber gut für aufgehübscht würde ich sagen hat er verdient natürlich so ein bisschen ehrlich gesagt den charme des originals aber das ist normal super mario land finde ich ja einfach spitze vom titel her weil es so etwas als etwas anders macht weil das mario wurde ja von vom den technischen team das gameboys entwickelt ich glaube die one wenn ich das richtig im kopf habe korrigiert mich bitte falls ich mich irren sollte und die haben natürlich eine ganz andere perspektive als es diese reinen game design studios sage ich mal wir wollen da natürlich auch noch mal ein bisschen zeigen was das system alles kann deswegen gibt es da natürlich auch diese side scroller levels was ist so in dem mario spiel normalerweise nie gab ja und es ist alles drin der ganze inhalt ist normal ich gehe jetzt einfach mal unten lang um mal ein bisschen zeit zu sparen aber halt wirklich grafisch aufgehübscht und das finde ich einfach so sympathisch eine tx version von super mario land 1 ich zeige euch noch kurz das zweite level ich da es fünf titel sind wie das jetzt alles nicht zu sehr in die länge strecken also wie ihr seht das ist wirklich alles eins zu eins da und das ganze liegt halt wirklich an einer grafischen überarbeitung und dann würde ich sagen gehen wir auch schon zum zweiten spiel was wahrscheinlich wirklich der bekannteste rom hacks ist kurz vorweg ähm gefühlt die hälfte der gameboy rom hacks die verfügbar sind sind pokémon rom hacks ich werde hier kein einziges pokémon rom hack zeigen bei pokémon nicht so meine welt ist aber wenn ihr da euch austoben wollt eieiei da gibt es wirklich mehr als genug kram die ihr euch anschauen könnt einfach auf der seite die ich unten verlinkt habe rumstümern dann werdet ihr fündig und jetzt kommen wir aber zu den abgesehen von pokémon wahrscheinlich zum bekanntesten und zwar hat nicht nur super mario land 1 eine dx version spendiert bekommen soll auch super mario land 2 wirklich das tollste super mario ever finde ich zumindest also ich habe das damals wirklich sehr stark abgefeiert und das bringt auch noch so ein paar andere vorteile ihr seht natürlich die grafische gebung ist wunderbar geraten natürlich jetzt auflösungstechnisch und so weiter ist es jetzt nicht so wild aber so könnte man wirklich fast somit mit mit halb zu einem auge vom stil ja als super nintendo titel zumindest als ein nes titel wie einordnen und neben dem grafischen hat auch noch so ein bisschen was technisches gemacht und zwar wie er der immer super mario land 2 gespielt hat und weiß da gab es teilweise echt fiese slowdowns wenn man mit ein bisschen zu viel unterwegs war das war hier und da jetzt nicht so optimal optimierte optimal zu optimiert ich um meine sprachfindung heute Aber das haben sie hier ausgebügelt das heißt es gibt hier keine slowdowns und spielt sich dadurch natürlich Durchaus flüssiger ich muss hier gerade etwas aufpassen nicht dass ich hier wieder Unwillen unwillig sterbe und mich hier der kompletten lächerlichkeit der retro community zur schaustelle ihr merkt schon gerade ich muss mich jetzt über ein spiel habe ich gerade echt konzentriert Mal gucken was wir hier fangen können Ist auch sehr sehr liebevoll gemacht und ich finde wirklich fast war natürlich hier viel nostalgie ich gehe mal zurück ich habe das nämlich hier schon angespielt deswegen habe ich hier gleich hier in der welt gestartet wie ihr seht auch die obercard ist sehr sehr liebevoll gestaltet ich finde das von grundsätzlich von den einzelnen verwendeten farben es gibt ja nur sehr eine sehr eingeschränkte vielfalt haben das wirklich klasse gemacht ich gehe hier noch mal kurz in die mini welt rein die markus oder heiße nicht mini welt schon wurde das film jetzt alles sehr sehr stimmig aus also das haben sie wirklich richtig richtig gut gemacht finde ich Und wir sehen es läuft einfach alles super flüssig weiß es nicht ob es gerade hier im originalen slowdown war oder nicht Also wie gesagt eins meiner liebsten super mario titel er war wahrscheinlich sogar der liebste titel weiß wirklich gefühlt tausend mal irgendwie durch gespielt habe und Ja ich mache mal selbstmord und wir gehen zum nächsten spiel und da werdet ihr jetzt vielleicht so ein bisschen fragen Okay Castlevania the adventure Was soll das was ist hier verändern das sieht jetzt auch nicht gerade farbig aus Und zwar hat das ein großes manko also das erste kreis der wände erschien relativ früh für den gameboy War aber nicht wirklich gut angepasst und hatte sehr sehr starke schwächen und nämlich Größte schwäche war dass sich der protagonist einfach Elendlich langsam bewegt hat und genau das wurde hier angegangen und ihr seht die geschwindigkeit ist es immer noch nicht turbo schnell Aber wesentlich besser ich blende ich jetzt gerade mal im vergleich noch mal die aufnahme des originals ein und dann werdet ihr sehen Ihr flitzt jetzt nicht enorm durch die gegend aber es ist wirklich schneller und dadurch Dadurch ist das ganze spiel etwas besser spielbar und nicht mehr ganz so kacke Also es ist keine voll katastrophe das original aber dieses wirklich sehr langsame bewegen hat dann wirklich sehr sehr gestört und Ist mir zumindest beim anspielen auch immer sehr schnell auf den sack gegangen also hier Seht ihr jetzt keine großen grafischen und technischen Überarbeitung nur hat dieses kleine feature und da dafür sind halt romhacks auch da und das finde ich auch gut so Das einfach nur so kleine mankos ausgebügelt werden dass da wirklich leute gab und hey okay super spiel aber das ist kacke finde ich wunderbar Aber das spiel an sich ist ja gar nicht so verkehrt aber halt dieses eine große mankos Ihr hört die musik ist es wunderbar Aber das ist das kann man sich halt im original nicht antun das gameplay das ist einfach nicht gut Und dann würde ich sagen kommen wir zum nächsten titel was auch so eine kleine veränderung macht und zwar seht ihr schon das gute alte alte tetris und Und hier seht ihr natürlich sofort das ist es auch hier keine grafische verbesserung also was soll es dass wir wirklich sagen schauen wir kurz mal rein Dann werdet ihr sehen okay Die steine sehen schon etwas anders aus und zwar nennt sich dieses romhack hardcore tetris Und der name ist der programm das ist hier natürlich nur das erste level deswegen ist es nicht so wild ich bin aber eine relativer Tetris Sag ich mal und zwar macht das ganze alles etwas schwerer es ist mehr geschwindigkeit drin und wie gesagt die Die ganzen klötze sind nicht mehr ganz so gut Lesbar beziehungsweise hat farblich etwas anders das ist natürlich geschmackssache Ob ihr das jetzt besser findet oder nicht und Und ja macht es ganz etwas schwerer das heißt wenn ihr tetris profis seid und mal etwas mehr Herausforderungen haben möchtet dann könnt ihr hier auf jeden fall mal zugreifen wie gesagt das ist natürlich jetzt level 0 deswegen ist es jetzt nicht ganz so krass aber später wird es denn noch mal wirklich 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 hart und ja Vor ich euch hier mit tetris gameplay langweile würde ich sagen kommen wir zum letzten titel und das ist wie ihr seht auch Eine x variante und zwar vom guten alten doktor mario Und das profitiert natürlich enorm von erfahrlichkeit Das spielprinzip dürfte dem meisten bekannt sein ihr müsst mit verschiedenen farbigen pillen Verschiedene farbene viren erledigen und könnt ihr euch das vorstellen natürlich wenn es schwarz weiß ist Ist nicht so toll weil die übersichtlichkeit natürlich etwas fehlt das ging natürlich im original einigermaßen ideal ist aber natürlich anders Und deswegen muss ich mal gucken und deswegen ist natürlich die diese Farbliche Erweiterung natürlich wunderbar und erhöhte wesentlich die spielbarkeit ich weiß es gibt natürlich die nes version und auf dem super interno ist Es ist ja auch meine ich in einem port erschienen wenn ich jetzt dass ich komplett falsch im kopf haben sollte Aber hier so quasi eine gameboy color version davon Wunderbar auch das beschränkt sich halt wirklich auf das grafische Aber addiert halt zu dem allgemeinen spielgefühl wirklich wirklich viel noch hinzu finde ich ist einfach Fantastisch was ich diese ganzen modder da Ausgedacht haben und dran sind ich habe mir auch schon mal ganz grob angeguckt wie man das macht Da gibt es auch anleitungen auf youtube tutorial videos Aber ganz ehrlich ich bin zu doof ist was ich bin zu doof und habe da auch nicht die geduld für Bei sowas will ich immer so relativ zügig ein ergebnis sehen und Da müsste natürlich wirklich tüfteln 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 und Da bin ich zu faul zu auf jeden fall diese 5 rom hacks kann ich euch persönlich empfehlen es gibt natürlich noch eine große 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 weitere auswahl Aber damit kann man durchaus starten Allein schon gesagt die pokémon rom hacks da werdet ihr ewig wirklich zugang sein Freut mich das hier rein geschaut habt ich hoffe es hat euch so ein bisschen gefallen Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag egal was da noch vor als Tschüüüü!